. 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 Kommen wir zu uns, Pappé! Island wird jetzt auf die Landkarte gesetzt. Ein schönes Tour für Island, eine Katastrophe für den isländischen Tourismus. Jetzt reisen nämlich alle auf Island. Applaus, 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 Applaus! Bist du noch normal als Casting und das geilste Stefan, du bist es? Nein, es war eigentlich so, dass ich am Anfang in Konstanzer Tatort einen Auftritt hatte. Aber, dass Kreativität ansteht, braucht es Freiraum. Ich bin spitz. Ich bin spitz. Ich bin spitz. Ich bin spitz. Viele Frauen sind heutzutage unabhängig. Sie schauen, dass sie mit beiden Beinen im Leben feststehen. Francine Jordi oder Pamela Andersson? Jordi. Jürgen! 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 Als Sport-Eistate, die ich jetzt ernsthaft bin. Nein, Fedi, nein! Kann ich die Schuhe nachbringen. Where is the money, I'll do it. Das ist eine Geschäftsbrau. Das ist eine Geschäftsbrau. Das ist eine Geschäftsbrau. Happy birthday to you. Doch, weg! Ein großes Kompliment. Wir haben viele Moderatoren, aber ein Kompliment. Tschüss zusammen! Untertitelung des ZDF, 2020